Professor Thomas, ich habe ein Angebot für Sie. Eine Expedition in den unberührten Dschungel. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. Eine Reise, um das verborgene Geheimnis zu entdecken, wie man Menschen unsterblich machen kann. Irgendwo da drin ist das Geheimnis des Lebens und des Todes. Aber diese neun Forscher haben nicht damit gerechnet. Glaubst du, sie kommen tatsächlich zurück? Dass eine schreckliche Armee aus urzeitlichen Kriegern überlebt hat und alle tötet, die in ihre Welt eindringen. Wenn wir hierbleiben, werden wir alle sterben. Wo ist das? Da drüben. In diesem Dschungel ist der Mensch die aussterbende Kreatur.